Es gibt nur wenige Rapper, die in der deutschsprachigen Rap-Szene einen allgemeinen Sympathiewert genießen. Als erster wäre natürlich Sido genannt. In der neuen Riege der Rap-Generation dürfte diese Rolle wahrscheinlich auf Rinn zukommen. Der 27-Jährige will Rap neu denken und versucht auch immer wieder diese Trends, die aus den USA irgendwie groß werden, nach Deutschland zu transferieren. Auf seinem neuen Album Kleinstadt gibt es dementsprechend noch einiges mehr zu hören als nur den klassischen Deutschrap. Hi, ich bin der Martin und ich darf euch wieder einmal zu einem neuen Review hier auf Pound Read Music begrüßen. Heute geht es um Rinn. Rinn hat sein drittes Studialbum Kleinstadt veröffentlicht und dieser Name kommt nicht von ungefähr. Er hat es in Anlehnung an seinen Geburtsheim Bietigheim Bissingen genannt, einem Ort, in dem er jetzt immer noch wohnt. Also die Kleinstadt ist immer noch großer Teil von Rinn's Leben. Die Karriere des deutschsprachigen Rappers mit Wurzeln in Kroatien und Bosnien hat ja seit seinem Debüt 2016 einen kometenhaften Anstieg erreicht. Er ist wirklich einer, der hervorsticht aus dieser neuen Generation an Rappern im Pulk, dieser Enos und Meros. Ja, ist Rinn dann doch eine Ausnahme, weil er probiert eben Dinge neu anzugehen. Denn dieses ganz normale Cloud-Rap ist natürlich etwas, dem er sich bedient, aber dass er neu denken will, dass er weiterentwickeln will, dass er zumindest so machen will wie Travis Scott in den USA. Rinn schafft es vor allem dadurch aufzufallen, dass er unbändige Hooks schreiben kann. Also Songs, die einfach sich ins Ohr brennen und die man nicht mehr los wird und wo man sich auch bewusst wird, dass er einige Dinge, die er vielleicht nicht so gut kann, dadurch sehr stark kaschieren kann. Er springt zwischen den einzelnen Genres hin und her, setzt sich da relativ wenig Grenzen, aber am Ende muss man sagen, kommt er jetzt wahrscheinlich weniger so richtig im Hip-Hop oder im Deutschrap raus, sondern mehr in der Pop-Ecke. Kleinstadt, das ist für Rinn das wichtigste Album seiner Karriere, das wird ja von KünstlerInnen relativ gerne in der Promophase gesagt. Mal schauen, was es dann auch wirklich damit auf sich hat. Produziert wurde dieses Album von Alexis Troy, 18 Songs haben den Cut aufs Album geschafft und gut 48 Minuten dauert dann das dritte Album. Sehr ruhig und gelassen beginnt Kleinstadt. Alexis Troy legt einen sehr entspannten Beat auf und dann beginnt Rinn zu rappen und zwar auf Yugo. Und man muss wirklich sagen, dass er rappt, weil es gibt verhältnismäßig viele Rap-Teile auf diesem Track und nur wenige sagen, nur in der Hook singt er, im Rest float er sich richtig gut durch. Das ist relativ selten bei Rinn, weil eigentlich ist es immer ein wenig behäbig oder es fallen immer wieder so Einwörter, Reime rein. Das gibt es in diesem Fall gar nicht. Das ist wirklich eine durchaus solide Performance von ihm. Rinn ist eben nicht der größte Rapper. Er kann diese kleinen Defizite dann eben mit einer guten Hook dann kaschieren. Ja und Yugo ist eigentlich genau so ein Song, wo man sich denkt, gut, los geht's. Du kannst ja doch beides, wenn du möchtest. Wie schnell er zwischen den Genres switchen kann, hört man dann gleich beim zweiten Song mehr. Mehr, das wird von einigen Kritikern sogar als Grunge bezeichnet. So weit würde ich nicht gehen. Ist aber auf jeden Fall etwas anderes wie der klassische Pop oder Hip-Hop, den er sonst bietet. Er tritt eben auf mit mehr Gitarren. Eigentlich auch wieder mit so einem Intro, das wieder an Hymns Join Me in Death erinnert. Das haben wir erst bei Raph Camorra gehabt. Hier ist zumindest der Beginn auch sehr an diesen Song angelehnt. Zumindest erinnert er mich sehr stark daran. Ja und dann kommen die Gitarren und Rinn singt. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht über was. Also es ist immer sehr schwierig Rins Texte zu interpretieren. Man kann da sehr viel Zeit investieren. Oder auch nicht. Es kommt eben immer darauf an, welcher Charakter man selbst hat. Alexis Traum macht aber alles, um ihm wirklich sehr viel Platz für seine Experimente zu geben. Schlussendlich bleibt aber nicht viel übrig von diesem Ausflug in dieses andere Genre. Dann müssen wir natürlich wieder zurückgehen zu den Trap Beats. Da sind wir dann beim dritten Track. Und da zeigt sich Rinn mit großem Selbstvertrauen. Eye of the Tiger. Da begibt er sich in Höhen, die er nicht schaffen kann. Ganz einfach. Das muss man ganz ehrlich sagen. Er singt in gewisse Höhen hinein, die er einfach nicht schafft. Und das klingt dann eben sehr, sehr komisch. Leider. Weil Eye of the Tiger hätte eigentlich sehr viel, wo man sagen könnte, das hätte durchaus Potenzial. Aber leider, dadurch, dass er sehr selten einen Ton trifft, beziehungsweise eigentlich das meiste immer irgendwie am Rande des Aushaltbaren ist, geht sich das dann leider nicht aus. Man hört natürlich den Einfluss von Travis Scott hier auch sehr stark. Aber so viele Stimmverzerrer kann man da gar nicht draufgeben, dass es am Ende irgendwie zu etwas Positivem reichen würde. Leider. Man fragt sich dann eben auch, was will er textlich? Und sagen, ja, das ist dann wieder eben eine andere Geschichte. Money Money macht die Geldzählmaschine. Das ist zumindest eine Line, die ziemlich unmissverständlich ist. Und die kommt aus dem Song Swiffer. Und Swiffer ist eigentlich nur ein ganz komplett netter Song. Der steigert sich nicht, der ist von vorne bis hinten gleich seicht. Ein nettes Liedchen, wenn man so möchte. Ein guter Beat von Alexis Troy, aber eben hier muss man sagen, Rin hat nicht das meiste draus gemacht. Es ist eigentlich eher so, dass er sich in diese, in seinen klassischen Sound sozusagen zurückflüchtet. Und sich diesmal auf seinen Mustern ausruht, weil er ja eben irgendwie jetzt probiert hat, schon in den vorderen Tracks einmal irgendwo anders hinzugehen. Die Vorab-Singles zu diesem Album, und davon hat es ja einige gegeben, bestechen eigentlich alle durch ihre Eingängigkeit. Apple macht da keine Ausnahme. Das ist ein Liedchen wie aus dem Lehrbuch. Ob man es mag oder nicht, das ist Rin, das ist der Sound. Was er singt, vollkommen egal. Am Ende bleibt ein Loch in deinem Denim. Wir verlassen dann das seichte Ufer wieder dieses Pops und gehen dann wieder in Richtung Härte. Und diesmal kommt Five-Star-Stunner daher. Und das hätte wirklich das Potenzial zu einem absoluten Banger. Aber leider macht Rin wieder nicht sehr viel raus. Das Potenzial bleibt ein wenig auf der Strecke. Das Instrumental würde so viel hergeben. Aber er schafft es irgendwie nicht, so richtig aus sich herauszukommen und dann mehr zu bieten, als er eh schon sonst so macht. Also es ist irgendwie ein wenig schade, wenn man schon gleich einmal am Anfang merkt, ja, es werden sehr viele Beats da, sehr viele Möglichkeiten eben über sich hinaus zu wachsen. Und dann wird eins ums andere Mal eine Chance irgendwie vergeben. Das ist sehr mühsam und leider auch sehr schade. Zusammen mit Schmidt singt er sich dann durch Athen. Und da muss man auch wieder sagen, kann bitte irgendjemand einmal Rin sagen, dass er nicht so hoch singen muss. Es ist nicht notwendig, dass er die ganze Zeit in irgendwelchen Höhen herumschrammt, die er einfach nicht schafft. Also das ist wieder sowas, wo es sich nur ganz knapp ausgeht, dass man es nicht sofort skippt. Leider. Er sucht immer nach seiner Intonation und das, ja, es funktioniert dann einfach nicht. Und das andere, was ich mich hier frage, ist, warum ist es jetzt irgendwie in, dass jeder zweite Deutschrapper Monet, also den Künstler Monet für sich entdeckt hat und dann immer wieder auf Monet verweist. Das ist so wie Bonnie und Clyde, ist irgendwie jetzt Monet der Künstler, der Deutschrapper. Also warum macht man das? Nach diesem Song geht es dann weiter mit San Andreas. Und das wird nicht nur bei GTA-Fans natürlich für nostalgische Gefühle sorgen, sondern auch für alle Fans, denn das war durchaus ein größerer Hit, schon als Vorab-Single. Ja, das ist dann, da verhält es sich ähnlich wie mit Apple, das ist so ein Song, kann man nichts dagegen machen. Wenn du ihn einmal hörst, dann wird er bei dir bleiben. Und zwar für lange Zeit. Das ist auch ein Song, wo er für mich auch sein ganzes Potenzial ausschöpfen kann. Da rappt er sich dann leichtfüßig durch die Strophe und schafft es dann auch ganz locker den Refrain zu singen. So soll es eigentlich immer sein. Warum gibt es da nicht mehr davon? Natürlich, das ist sehr radiotauglich, das ist vielleicht ein wenig seicht, das ist kein großer Banger, aber es ist einfach ein nettes Lied. Passt ja. Kann ja durchaus gegeben sein. Rin hat ja nicht den Anspruch, der große Gangster-Rapper zu sein, deswegen ist es durchaus in Ordnung, meiner Meinung nach. Und er verliert da keinen Credit, wenn er irgendwie eben probiert, ja radiotauglichere Sachen zu machen. ADHS stellt dann einen Song an, den man irgendwie schon einmal auf diesem Album gehört hat. Das wiederholt sich dann langsam immer wieder. Das Einzige, was neu ist, ist Alexis Troyes Produktion. Die ist einfach nur fantastisch. Nachdem man diesen Song relativ schnell vergessen hat, kratzt drin die Kurve, denn es kommt zu Money on my Mind, einem echten Banger und vermutlich auch einem der besten Songs dieser Platte. 1,53, die viel zu schnell vorbeigehen. Hier trifft er wirklich jeden Punkt. Ist ein absoluter Banger, Banger-Beat. Rin kommt damit absolut gut klar und er verzichtet auf jeglichen Gesang. Also das waren die 1,53, die man sich dann etwas länger gewünscht hätte. Da hätte es durchaus noch eine Strophe mehr geben können. Auf Sado erklärt er sich dann zum Träger des Deutschraps, was etwas amüsant ist. Aber immerhin hat er ihm mit einer Sache recht, nämlich es wird sehr giftig, wenn Alexis Troyes in der Beat-Küche steht. Ehrlich gesagt kann ich mich mit dieser Großkotzigkeit von Rin überhaupt nicht so anfreunden, weil es steht ihm nicht. Und das liegt einfach daran, dass er textlich und inhaltlich zu wenig beaten kann, beziehungsweise auch seine Delivery teilweise einfach nicht das hält, was er dann von sich selber verspricht. Und ja, das geht sich dann nicht aus, dass man so großkotzig dann quasi auftreten kann. Natürlich gehört es zu einer gewissen Attitüde im Rap dazu, sei ihm auch unbenommen, darf er auch machen, aber ganz ehrlich, so richtig cool ist es dann auch nicht. Zum geheimen Sommerhit mutierte er dann Insomnia zusammen mit den Giant Rooks. Das wird natürlich Fans von beiden Lagern extrem freuen. Ein durchaus solider Indie-Song, der doch auch gern wieder mal in Seichte abdriftet. Aber es ist auch sowas, wo man sich denkt, gut, ich habe es einmal gehört und ich werde es nicht mehr loswerden. Wieder ein absoluter Ohr, der durchaus schon noch eine gewisse Steigerungsform gehabt hätte, aber zu der ist es eben nicht gekommen. Es reicht das, was herausgekommen ist. Um ehrlich zu sein, kann man es auch einfach Guilty Pleasure nennen. Spätestens für Douglas sollte Alexis Troy dann einen absoluten Produktionsorden bekommen. Ein vollkommener Banger. Ja, und leider schafft es dann Rin wieder nicht, das volle Potenzial herauszuholen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist leider so. Schmidt ist wieder dabei und er singt so wie ein R&B-Künstler in den 2000ern, wenn er irgendeinen Deutsch-Rap-Song aufgenommen hat. Passt irgendwie überhaupt nicht rein. Naja, Dirty South dann hingegen ein absoluter Banger. Hier passt wirklich alles. Rin vollkommen am Point. Der Beat vollkommen am Point. Einer der besten Songs dieses Albums zu 100%. Und das leitet sozusagen auch die Endphase dieses Albums ein. FYM ist dann ein weiterer Song, wo man sich zunächst denkt, jetzt singt er schon wieder ein wenig zu viel. Das geht sich irgendwie nicht aus, aber dann kommt ein Beatwechsel, ein richtiger Switch. Und dann wird es richtig cool. Das macht den Song extrem spannend und zeigt dann, glaube ich, auch das, was Rin überhaupt machen will. Nämlich eben, ja, so diesen Switch zu machen zwischen verschiedenen Facetten, des Raps, der Musik. Ja, und dann funktioniert es. Das ist dann einer der besseren Songs dieses Albums. Und dann gibt es noch ein wenig Rave. In 1976 gibt es so eine richtige Rave-Power. Alexis Troy, fantastisch. Rin macht alles gut. Supercooler Track. Der spannendere Indie-Pop- oder Indie-Rock-Song im Gegensatz zu Insomnia ist dann Rot, eine Solo-Nummer von Rin. Rin hält da eben dieses Niveau der guten Schluss-Songs definitiv hoch. Eine sehr radio-taugliche Nummer, das muss man auch sagen. Aber, ja, sie besticht einfach durch ihre Schlichtheit. Beschlossen wird Kleinstadt dann mit dem Song im Rysnaya. Das ist ein autobiografischer Song auf ein Beat-Sample von Tupac's All Eyes On Me. Ja, ein würdiger Abschluss dieses Albums. So viel muss man sagen. Das Ende war wirklich stark. Als Fazit kann man sagen, richtig glücklich kann man mit Kleinstadt leider nicht werden. Zu häufig hat Rin sein Potenzial nicht komplett ausgeschöpft. Und zu häufig hat er eben auch eine fantastische Produktion von Alexis Troy ungenüsst gelassen. Er ist wirklich da, das Aushängeschild. Er hat es wirklich geschafft, extrem spannende Sachen auf diesem Album zu produzieren. Rin hat es dann eben nicht ganz vollendet. Leider. Das Ende rettet aber immerhin sehr viel. Aber man kann den dürftigen Anfang und den dürftigen Mittelteil leider nicht ganz vergessen. Immer wieder blitzt der Hunger von Rin durchaus auf. Aber leider verliert er sich oft in den bloßen Drang, ja, nicht in eine Schublade hineingesteckt werden zu wollen. Deshalb stechen nur wenige Nummer kräftig hervor und am Ende bleibt ein durchschnittliches Album übrig. Das bedeutet 2,5 von 5 Penreads oder eine 5 von 10. Das war die Review zu Rins Kleinstadt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt den Kanal schon abonniert. Wenn nicht, dann macht es bitte jetzt. Ja, und dann wünsche ich euch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald bei einer neuen Review hier auf Penread Music wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao.